Hallo und herzlich willkommen zu neuen Part TTT. Diesmal haben wir auf dem Server von dem Lieben X. Hallo, ne Wannwarr, Wannwarr. Ja, Wannwarr. Wannwarr, Wannwarr. Ja. Und bin ich mit meinem Drummer. Wannwarr. Wannwarr. Äh, der Snee. Wannwarr. Hallo. Das Wannwarr. Hallöchen. Das Traitor. Das Owner. Und das Echse. Das verwirrt. Das verwirrt Echse. Hallo. Was? Wenn ich irgendwer hatte. Ist der gerade hinter mir. Ey. Ist der notiert. Loll. Boom. Hat hinter mir gerade erst auf irgendjemand Echse abgeknallt? Ich befürchte ja. Läuft doch. Die Runden auf dieser Karte wäre nicht merkwürdig. Wenn ich noch nicht weiß, welche Karte hier, äh, Waffe ich schon weiß. Du hör mal, kannst du mir mal helfen, wer Traitor ist? Boom. Boom. Lüge. Stimmt nicht. Nich, ne. Okay. Okay, scheiße. Wann war erste Runde immer bedenklich? Ich bin hinter dir explodiert, der hat mich nicht weggeschossen. Ich bin einfach explodiert, dass du einfach mal Null damage bekommst. Ja, ich hab die, ich hab mehr noch Schock bei. Der hat einfach mal Null damage, wo er metaphorisch stand, nur einen halben Meter. Digga, ich bin der Kind, ich kann das. Hast du einen Flopper? Nö, ja, ich war, ich hatte einen innocent Flopper. Ich hatte keine Zeit, du Schocken. Ja, ich war, ich hatte keine Zeit, du Schocken. Oh mein Gott. Ich hatte keine Zeit zum Schocken, Du B-Handy. Du B-Handy? Na, 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 na. Kann man jemand die Dingsstar da reinwerfen? Ja, Geh, ja. Na, Zara, Borte, er hat mal keinen Maulkorb, ne? Da war Bord. Kein Maul, Korb? Snay. Snay. Maul. Korb. Ja genau, Maul, Korb. Korb, Maul. Ja genau, Korb, Maul. Haben wir hier mal die, 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 die. Das kochen wir mal werfen. Was? Hast du was? Hast du was? Nee, 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 nee. Leider nicht. Die glaubt, die dealen da wieder rum da vorne, ey. Mensch. Ich frag mich gerade, ob es auf der Karte überhaupt möglich ist, leise zu töten. logistics. LOL. When? Das sind mal dafür noch 90-21, dann gibt's da. Loll. Nen-nin-nin-nin-nin. Wir sind da gestorben. Explosionen. Die Explosionen kann man aber von da hinten, oder? Das ist so'ne Selbst-Explosionen. Disse öl amis dass des GOOM. Hooman. Who ist Tod. Was ist denn hier alles los? Der ist da. Der ist war der flopmer. So wie es aussah, aber. Warte mal, es brennt dann. Hey, da schießt du noch ein Feuer dahinter. Jaja, Dwama, Dwama, Dwama. Ach, das ist der Dete. Einfach nur, um euch ein bisschen abgeschrieben. Äh, Goom, ich mein Dwama, mach doch mal hier Punkte von Goom noch. Ach, Goom war Traitor. Jaja. Aua, Aua, Aua! Wer schießt denn auf mich? Der ist das Exe! Alter. Wow! Du tötest mich nie! Danke! Oh. Wann war das jetzt nicht die beste Taktik, weil weißt du selbst? Ich hatte einen Platzpunkt. Ähm, ich bin einfach bloß gerade ultra schlecht und ich hab keine, keinen Überblick und... Ich schieß einfach auf jeden und alles. Ach, ne, ja, so ein Punkt. Ach, verdammt. No sinking. Sinking. Jo, kann man machen, ne? Alter! Alter, warum? Weil du Scheiße bist. Exe, jetzt hau rein! Ich mach's jetzt schon sehr leicht. Sehr gut. Ähm, treff sicher nicht. Okay, noch ein Magazin oder noch anderthalb, dann hast du es bald. Bei ihm braucht er drei Munitionsgeistern. Ja. Ach, das ist mein Card. Er kriegt auch kein Damage. Ja, es läuft jetzt. Eieiei. Ich bin ja hier ganz zur Zeit aneinander vorbeigelaufen, was ich denke. Die Card ist doch nicht so groß. Ach, komm, Exe! Ach, komm, Exe! Ach, komm, Exe! Ach, komm, Exe! Oh mein Gott! Ist mal ein bisschen zerriff, genau. Ich kaltzuck, Alter. Oh Mann, Alter! Da verarsch dich da voller Kammer! Alter, ich glaube ich. Alter, komm schon! Alter, komm schon! Ah, fuck it! Ach komm, endlich! Endlich mal! Mein Gott! Ich bin die ganze Zeit im Deadwinger-Drummer. Wieso hast du mich denn confirmt die ganze Zeit? Ach, Mann! Karl ist verwirrt. Ja! Ja, ich war ein wenig verwirrt, ja, ja. Ach, Mann! Exe hat keine Laufanimation, Exe ist hier doch. Der Lauf hat mir zum Scheiß. Meines Auto! Müll, meiner! Das Witzige ist, ich hab direkt neben dem Dätchen den Deadwinger aktiviert denn das hat keiner gehört. Nein, laf nicht durch. Ja, Marc. Bahn! Exe! Geh ich den Weg rum! Aber Exe, du hast extrem lange gebraucht und ich hab mich echt doof angestellt. Ja, ich hab immer versucht, mich von hinten anzuschleichen, deswegen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Du bist ja die ganze Zeit nur weggerannt. Ja, ja, ja. Aber du hast mir nur beim ersten und dritten Versuch Schaden gemacht, also von daher. Ja, ich hab auch mit der H4-420 gebraucht. Hey. Mag H4-416. Oh, na! Probieren wir mal was aus. Hä? WTF? Cool, das funktioniert. Kannst du damit auf diese Dinger? Wer hat auf mich geschossen? Null. Das ist eigentlich ganz praktisch, ne? Ja, ein bisschen OP. Ein bisschen. Ich hoffe, es wird jetzt hier weiter. Deney! 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 Ist sowas. Aber ich kann Out-of-Map fliegen, sterbe ich da? Mal gucken. Nee. Ich kann Out-of-Map laufen. Loll. Die Map hier ist so cool, finde ich. Die erinnert mich an eine CS 1.6-Karte, die ich vorher mal gespielt habe, aber... SNAE hat eine Bärenfalle gelegt. Ich bin irgendwie festgepackt. Kann was sein? Nein. Eine Bärenfalle auf der Karte? Äh, irgendwie... Wo bist du denn, SNAE? LOL! Ähm... Ja, Bärenfalle! Deadwinger! Deadwinger! Also, wir wollen sagen, Deadwinger, der wahrscheinlich Cyberbot oder One war. Äh... Äh... Ich bin doch noch hinter dir, Exe. Ich hab keinen Schaden bekommen oder gelaufen. Woa... Exe! Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Warte, warte! Der hat ja an mir vorbeigeschmissen! Ich hab gar nichts getan! Exe! Ja, ja... Boah, ich bin da sowas von festgepackt. SNAE, was hast du getan? Ich hab ne Bärenfalle hingelegt und dann festgepackt. Du hast keinen eingelaufen! Oh, Mann! Oh, Mann! Alter, weißt du? Oh! Ich war zwar nach der Taube enttarnt, aber ich hab ja Leute umgebracht. Du hast sie über mich drüber geschmissen, Mann! Naja, wenigstens hab ich Leute umgebracht mit der Bärenfalle, war das nicht so der Fall. Ja, ja. Du hast... Du hast jemanden umgebracht. Wow! Äh, das ist besser als keinen umbringen. Es ist für ihn schon mal eine ganze Menge. Oh, SNAE läuft in seine eigene Bärenfalle rein. Das muss man auch erst mal hinbekommen. Es ist ein SNAE. Es ist Standard. Da, warte. Wo bist du? So, nicht. NICHT da! Ich bin nicht da! Da, zahle. Nee, ich werde dir nicht im Kopf. Ich werde dir nicht im Kopf. Ich werde dir nicht im Kopf. Mit Muni. Mit Donalds? Nö, komm weg, Enti! Lauf! Was?! Enti! So ein bisschen aufräumen hier. Wo ist denn Enti? Ja, hier hinten in der Decke. Ah, hinten in der Decke! Anwar, komm her! Abstand hier! Abstand hier! Bleib stehen! Hallo, Ona! Nein! Nein! Ich will mich hier nur drücken! Hey, tschüss an dich! Er hat gerade irgendjemand auf mich geschossen auf jeden Fall. Ich glaube, das war Ona, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Hat mich aber nicht getroffen, um zu müssen. Ähm... Vielleicht drück ich noch mal. Das ist hier nur ein. Der ist auch ein. Ach, schade. Ich kann nicht gucken, wer das ist. Ne, ist das! Das! Nein, nein, nein! Doch nicht! Syrah, bot ist es! Ja, du hast ja nicht geschossen! Syrah, bot ist es! Der hätte sich mal töten sollen! Wer hat sich jetzt auf ihn geschossen? Man, der ist jetzt kein Thema, ne? Ich glaube, wir sollten die Spider-Man-Gun auf dieser Karte verbieten. Wie kommst du drauf? Oder den Grapple, der ist doch ein bisschen OP. Ach Quatsch. Was? Deadringer, Deadringer, Exe lebt noch. Exe hast du gehört, ne? Deadringer, äh, hier. Spider-Man-Gun. Ist hier ein bisschen... Exe ist der zweite Traitor. Fuck! Wer ist denn der Erste? Ah, fuck it, ey! Der muss nicht direkt aufschauen. Ich wollte eigentlich die Drummer's Leichen dafür geben. Aber hab ich den einen da erschossen, der da stand? Ja, oder? Ach, ja, oder hab ich erschossen, okay. Komm, ist sich sicher. Ach blöd, dass Ohna zu sehen hat. Ich hätte den anderen erschießen sollen. Drummer, das ist ja auch geil. Du fängst an zu schießen, ich sag, warum schießt Ohna mich schießt zurück und sag, hey, du bist das. Hast du was dagegen? Einfach versuchen, jemanden umzubringen, ohne dass derjenige es merkt. Auf der Karte. Bei mir hat es nicht geklappt, leider. Ja, auf dieser Karte ist das auch... Jetzt nicht so gerade... Das ist nicht schwer. Das ist nicht unmöglich, aber das ist auch... nicht leicht. Jetzt ein Negev, das wäre geil. Ein Negev. Jetzt ein Neger. Der wird die ganze Arbeit erledigen. Ein Galileo. Oha. Oha 5 zu 0. Bayern? Ja. Nein, jetzt auch nicht. Alter. Das ist schon ein bisschen brutal. Ey, da hat jemand geboxt. Hat jemand ein Baby geboxt? Baby geboxt? Baby geboxt? Baby geboxt? Oh, ja. Hä, du schießt aber auf niemanden. Ja, aber er trifft nicht. Er wollte mich nicht treffen. Ey, deswegen sag ich, er schießt auf niemanden. Wir gucken, ob er sich zurückschießt. Jetzt wird er zurückgeschossen. Jetzt wird er zurückgeschossen. Rang, wo ist der denn gelandet? Der ist da ganz hinten gelandet. Warte mal, wer ist hier... Zwischen den Säulen, der ist... Das kann jeder... Ja, ein Abort ist mir glaube ich vor mir gelaufen. Ne, ne, der war das nicht, der war das nicht. Ich hab's vor mir gelaufen, der war das nicht. Ne, aber er ist nicht proven, deswegen... Ich hab's noch gesehen. Er war doch beim Detektiv, oder nicht? Ja, war beim Detektiv. Ich war's auch nicht. Ich war ja auf der anderen Seite. Kommt, ihr stellt euch jetzt alle einfach auf und ich bringe euch alle um. Dann haben die Inno-Sens gewonnen. Was ist denn Sie? Thomas, du bist aber Inno. Ja, das ist ja... Das ist ja... Karl, wir können mit dir anfangen. Das hatten wir schon mal auf welcher Karte? Wann das auf Waterworld? Waterworld haben wir seine Exekussion gemacht. Ja, da haben wir es aber so mal mit Simon Says. Was ist Simon Says? Ja, du wolltest alle umbringen, das finde ich nicht nett. Simon Says? Ja, Simon Says springt in die Luft oder so, dann musst du in die Luft springen. Ey, oh, 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 oh. Wenn du dann sagst, spring nicht in die Luft, dann musst du in die Luft springen oder so. Keine Ahnung. Sowas habe ich in meinem Leben dann nicht gemacht. Was? Ey, jetzt ist das nicht? Ey, jetzt ist das nicht? Ey, jetzt ist das nicht. Ey, nein, 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 nein. Oh, verfolgst du dich? Du verfolgst doch gerade mich? Ach, verfolgst du mich? Was hast du geschossen? Ich schieße in die Luft die ganze Zeit. Ich schieße in die Luft die ganze Zeit. Also, ich sag, meins, das ist echt langweilig. Siehst du, zack. Da ganz oben ist meine ganze Zeit. Wenn du nichts machst als Tester, ist das auch kein Wunder. Space Scarp. Wow. Die Wand. Weißt du was lustig wäre? Wenn jetzt so jemand kommen würde und sage, ich habe mich verlaufen. Nein. Ich habe gerade geschossen. Du bist gerade voll in den Sprung reingesprungen. Oh. In den Sprung reingesprungen. In den Sprung reingesprungen, ja genau. Hat er einen Sprung in der Schlüssel oder was? Ich habe da oben hingeschossen, zwei Meter über deinen Kopf da. Können die zwei Traders sich einfach jetzt mal beeilen? Ja, das denke ich mir auch so ein bisschen. Ey, Taube, warte, 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 warte. Was denn, was denn, was denn? Wieso funktioniert dieser scheiß Taube nicht mehr? Weil sie den nicht mag. Das standen zwei Leute hinter dir. Ja, warte mal, ich will... Hat er hier noch Item oder so gehabt? Ich will einen Item haben. Du musst an der Woche auch die Richtigen kaufen. Ah, schade. Er ist so... Komm, wenn er einen... Eine blöde Sache gemacht. Hatte der noch Credits drin, Dede? Wow. Baby, 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 wer war da? Ja. Ne, Karl war das. Ne, Karl, ach so. Ich war das nicht. Du, war da. Wer war das denn? Alles klar. Da sind zwei Babys geflogen, glaube ich. Ja, Groom, es ist es. Aber zwei T's? Nee, hilf ich mir jetzt, nee. Da werden zwei T's. Ist noch einer tot. Oh, der Detektiv ist tot. Äh, wer hier runterkommt, stirbt. Nee, der ist es, der ist es, der ist es. Okay. Entschuldigung, Karl. Warte, der ist da. Macht ja nichts. Nee, pass auf. Was ist das? Nee. Lock, lock, spiel Lockvogel. Lass Gleis Halsch reingehen. Nein, der schießt auf dich. WTF? Was hat denn für eine Waffe? Komm du raus, du T. Komm raus, du T. Kannst du bitte Excel confirm? Warum sollte ich? Ja, könnte nicht. Ich... Ich... Ich meinte ja nur aus. Ah ja. Blöde Randbemerkung. Meinerseits. Du bist immer noch ein Dings. Aber ist er. Nein. Ach Mann. Hast du den abgewartet? Den Deadwinger? Oder warum krank ich jetzt nicht aufweilen? Ich wollte zwar noch ein bisschen... Ja, du wolltest mir nicht glauben. Du hast einfach in den Dings reingeschossen. Du hast einfach... Ich hab einfach die Enzüge, wo ich alle drüben in die Ecke gepfeffert und er knarrt mich einfach rüber auf, malder. Ach man, das Baby ist da so gekommen und dann ist der Goom genau dort gewesen, wo er es beschönnt hat. Äh, weiß, ist da übelst verdächtig aus meinerseits. Das ist ein bisschen eklig, oder? Deswegen hab ich auch dich verdächtig und ich Snail. Das Snail war von mir. Ja, das Baby ist ja im Nachhinein, nachdem du mich erschossen hast. Snail war der nette Samspender. Weil wie lange Snail hinter mir hergerannt ist. Ja, Alter, bei mir vorhin auch mit der scheiß Taube. Und ich hab mich schon überhundert, wie zu hören hat der Goom bitte so, hat mich bitte so schnell geklirrt, hab ich mich schon gefragt. Ja, ja, kann ja. Aber was auf dieser Map Tee ist, ne, das ist ein Unnatürlich. Ey, wer ist hier unten, Drummer? Das war das Fun-Wart-Gesetz. Ey, ich hab dich nicht getroffen, Drummer hab mich angeschossen. Ich hab dich nicht angeschossen, das hab ich gesehen. Verdammt, doch mal. Guck doch mal in die Ecke. Oha, jetzt hab ich dich auch angeschossen, tut mir leid. Was weiß ich, wo ist Ecke? Ab heute wird zurückgeschossen. Meine Ecke. Hier weg, Snail. Äh, was zur Hölle macht hier? Hallo, Mona. Ich bin eine Ninja. Ecke. Was soll ist hier denn los? Ich bin ein Ninja. Raust hier, das ist mein Raum. Mein Hammer. Mein Hammer. Was ist denn? Also, du regst dich immer in die Luft, ich schieß doch, hol dir. Ich schieß doch immer in die Luft. Siehst du, regst da. Ohm, wir schicken Boom. Meiner. Ich kann nicht Dings an die Wand machen, ey. Boom. War ich nicht. Cyber-Bot. Was? Ich hab nicht auf dich getroffen. Cyber-Bot, Cyber-Bot ist, Cyber-Bot. Boom wahrscheinlich auch. Er hat einen Ding geschossen. Der hat, der hat jemanden getötet. Er ist aber auch verschwunden da. Ach. Lol, ne. Der hat troppet das Geyser. Oder er ist tot. Hä? Snail war vor mir. Der hat keinen troppet das Geyser. Der hat einen Dead-Winger. Der hat einen Dead-Winger. Der hat einen Dead-Winger, meine Güte. Wer denn? Ach, der hat den Traitor getötet. WTF? What? Er hat den... Der konfirmt ihn doch, meine Güte. Du bist echt ein Genie. Das Ding neben der Leiche konfirmt ich. Wieso hat der... Hä? Ich hab auch gar nicht mitbekommen, dass er ihn erschossen hat. Ich hab's auch nicht mitbekommen. Ich hab' ich sehen, da liegt eine Leiche. Der steht da hinten runter von der Leiche ab. Kevin, ist das ernst? Das ist mir leid, Cyberbot. Dann belebe ihn wieder am besten, wann wir... Und das ist Annexion vom Detective. Warte, ich komm mal, Dete. Ne, das ist schon mal jetzt. Okay, ein Dreier. Warum sollte ich Cyberbot wiederbeleben? Komm mal, Dete. Wenn noch Punkte drin sind... Das könnte ich... Callen. Ich wette aber, das sind keine Männer. Ähm, es ist, ähm, Owner. Oh, ne. Ernsthaft, Owner. Ja. Loll, einfach mal ein riesiges Error. Ja. Alter, Teilbot. Warum nur? Sag mal. Endlich. Endlich diesmal Damage. Ich wollte alle rausgehen, damit ich du mal einen Platz machen kann, aber nein. Hey, auf der Ecke hat mein Name. Du wolltest nicht rausgehen. Ich war eher unten. Das ist mir scheißegal. Jetzt streiten sie sich, wer unten sein darf. Ja, Alter. Muss so. Ist traurig. Sehr traurig. Ein bisschen traurig. Ein bisschen sehr. Ja. Ja, gute Grammatik. Das weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt endlich Molotow Cocktail gefunden. Ich habe ihn die ganze Zeit gesucht. Ja, muss weiter. Okay, wenn jetzt Molotow verlaufen wird, dann müssen wir ja kommen. Das ist markiert. Mein Revier. Ey, ich bin sogar Dete. Weg hier. Machst du das weg, du Sprayer. Du Randale. 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 Herr Dete. Herr Dete. Herr Dete. Herr Dete. Herr Dete. Herr Dete. Was ist denn das da? Das ist Kunst. Ist das Kunst oder kann das weg? Na, wann wach. Na, Exit. Na. Also ich, das glaube ich jetzt nicht. Komm, wer heißt das? Na, wo kam? Dete. Dete, ich habe einen Grund dafür, dass es existiert. Was? Wieso? Welchen? Er isst die ganze Zeit mit seiner Premiere. Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt passiert? Molotow. Wo? Ich tippe mal auf Snae. Ah. Also ich wollte es endlich mal ohne gewesen sein, ne? Oh, Ohna. Warum läufst du weg, Ohna? Oh, Ohna. Hallo. Ja? Warum läufst du weg? Ich? Wohin? Soll ich laufen? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich mach jetzt Jagd. Ja, ist jemand Turo und Hallo. Ja, Dicke, was? Der ist durch den MP7, MP7, MP7. Echt? Mr. Wanwa, Mr. Wanwa. Was ist denn mit dem? Was ist mit dem? Da ist noch einer tot. Doch, er ist der Tauber. Da ist der Tauber geflogen. Tauber. Ja, das ist Wanwa. Ja, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Wanwa war Trader. Mr. Wanwa war Trader. Wanwa war Trader. Ich komm mal Dete. Boom, boom. Ja. Vertrau. Ja. Exus nicht. Er lebt doch. Exus. Hm. Ach da. Ja, ja, ich hab ihn gesehen. Zieh mir mal. Ja, das war nicht scheinbar. Ah fuck it. Nice. Ab Teamwork. Alter, wann war... Wann war einfach... Du wirfst in Molly rein und läufst dann so offensichtlich weg. Und du musst das nicht gattet. Oh, oder wieso rennst du weg? Ja, ich hab nur ganz kurz einen langen Namen gesagt, wie so scheiße ist denn so, ne? Hatten der, ähm, Molly überhaupt irgendwie viel Schaden gemacht? Ja, er hätte fast getötet und ich hätte meinen Heilkit noch schnell gekauft. Und konnte mich retten. Uh, Heilkit. Exus, hast du dir ne Diegel gekauft? Ja. Genau das wär mein Grund gewesen, weil du bist die ganze Zeit mit der Primärwaffe rumgerannt und dann plötzlich hattest du ne Diegel. Wow. Ich rette auch mit der Primärwaffe rum, wenn ich ne Diegel hab. Auf der Karte? Es ist kein Grund. Ich bin auch schon mit der Primärwaffe rumgelaufen, weil ich ne Diegel hab. Das heißt nicht, dass ich jedes Mal mit einer rumlaufe. Wenn ich zum Beispiel ne Shotgun, wenn ich ne HG16 hab, laufe ich auch damit rum. Achtung. Ist kein Grund, du kannst nicht beweisen, was ich gekauft hab. Ja, ich hab ein bisschen aufgeräumt. Warum? Wenn du nicht beweisen kannst, dass er aus dem Shop ist, ist das kein Grund. So, guck mal, da oben steht mein Name. Oh nein, ich hab ne Diegel. Das ist der Kugentolle. Meine Ecke. Also immer nur in Ecken dunklen, ne? Ecke? Was? Kevin, bist du mich eigentlich... Ey! Wie viel David hast, wie viel Schaden hast du? 50. Jetzt mach ich mich auch. Gummi ist es. Du hast mir jetzt Feuerschaden gemacht. Kevin ist es. Nein, Gummi hat mich angeschossen. Kevin hat mich auch angeschossen. Du darfst nicht mehr leben. Garantiert nicht. Das war ein Querschläger. Ach so. Jetzt warum schießt du auf mich? Ja, weil Gummi ist es. Hä, Bobby sind auf dich geschossen. Der Schuss ist dahinten. Hey, tut mir nicht, dass du dran nach mir geschossen. Ich hab den Schuss so in meine Richtung fliegen sehen. Ich schieße immerhin nicht. Wenn Gummi gleich auf mich schießen, ne? Dann müsst ihr ihn erschießen, ne? Darf ich einen guten Grund haben, warum ich dann schon wieder teesern soll? Kevin? Kevin? Kevin, hau ab mit deiner Shotgun. Kevin, hau ab mit deiner Shotgun. Ich hab dich einmal auszusehen mit der Pistole. Komm Carl, ich komm zu dir. Wow, Alma. Nein, Spring Mine. Lol, hier ist gerade eine Swing Mine. Swing Mine, Swing Mine. Nein, Swing Mine, Swing Mine. Da ist es Slam, ich glaub, die hat Oner gesehen. Du bist außerhalb der Map. Nein. Und nicht gestorben. Wie geht's gut, gell? Schweig einfach, vielleicht. Okay, okay. Warte mal, weg, da ist es Slam. Ja, das seh ich doch, Exel, das seh ich. Bist du da reingelaufen? Nein, ich rede doch noch. Leute, ich steh aus da. Ich lasse die hoch, die Jack die hoch. Ja, hab ich auch gemacht. Komm doch, geh doch runter. Alter, da können die Schaden, ich will gar nicht sagen. Du kannst doch runter schwingen. Ich glaub, wann war es ist? Warum das denn? Exel, fang mich auf, ich steh außerhalb der Map. Ja, toll, wow. Ich geh rein. Was ist denn hier, Exel ist es? Ne, Oner. Oner, denke ich, ist es. Oner, spring auf mich. Ja, Oner hat gerade auf mich geschossen. Nein, nein, nein. Hör auf, Riesling. Wir sind doch Netzwerkkollegen. Hä? 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 Alter, Kevin. Ja? Willst du, dass ich's töte? Nein. Ich brauche ne Leiter. Nein, ich hab schon Schaden. Ich bin Date. Das kann doch gar nicht wahr sein. Mann, komm doch. Ich seh dich doch. Ich bin Date. Carl, da bin ich... Wann war Töten? Wir sind da hochgekilled. Äh, der hat auf mich geschossen. Ja, ja, mach doch. Oh, cool. Kevin ist es, der schießt. Nein, andere ist es. Nein, andere ist es. Du... Äh, wann war es? Och, jetzt, er schießt nicht. Warte mal, Cyberbots geht's eh nur, Gis. Bist du wirklich eh nur? Ja, ich... Alter, ich stehe hier oben. Hätte ich dich nicht schon zehnmal abknallt? Warte. Ja, wow. Wow. Was soll ich machen? Ich hab nichts zu so eingeklappen. Ja. Cyberbots hat was du gemacht. Ich hab eigentlich erst... Nach zwei kleinen Huten Weihnachten. Kevin, weißt du was lustig ist? Ich hab's ja geschossen. Ja, jetzt weiß ich. Timewalk, weißt du mal, das Spring-Videor? Alter, von mir hat so... Aber Oda hat auch geschossen. Geht mal, hier muss er auf Kau rein. Ach so, aber ich hab gesehen, dass Oda irgendwas gemacht hat. Ich hab auch geflogen. Ja, Oda, diesmal hab ich die Deagle vor der Runde gefunden. Nicht, dass du gleich wieder den Weg suchst, mich zu erschießen. Nein, KOS. Ja, ich hab sie jetzt vor der Runde. Ich bin bei Wanba, Wanba kannst du bestätigen. Hier siehst du, Wanba. Was, was, was? Jaja, das ist ne Diegel. Jaja, das ist ne Diegel. Kein Diegel. Hey, nein. Das ist ne Glock, eindeutig. Das ist ne Goldene Glock, alter. Ja, Goldene Glock, Digga. Also wenn, wenn Exis gleich nach dem Countor ne Diegel in der Hand habt, dann kill ich ihn. Oha, er hat die Diegel in der Hand. Guck dir das an, guck dir das an. Nein, jetzt hab ich Fäuste in der Hand. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Das ist alles so Scheiße. Ey. Ey, das ist jetzt mein Tun. Sag mal. Randal. Nee. Randal, nee. Ey. Weil wir irgendeine Granate nicht werfen können. Was ist denn hier los? Will ich eine kaufen? Ne. Oh mein Gott. Oh, das war ein Schöne Schiff. Wieso? Also du war schon mal. Einer da drin war das. Einer da drin. Ey. Hey. Du bist überhaupt das ich bin. Was ist das für ein Scheiß? Nee, geh raus. Geh raus. Du müsstest das gewesen sein. Ich hab... Du war's aber nicht. Das ist Karl. Ja, klar, ey. Von wegen. Ich hab dich nicht mehr geworfen. Hier liegt ne Banane, ne? Falls ihr jemanden will. Oh, Banane! Yay. Okay, da ist kein Credit mehr drin. Und einer von euch beiden ist Traitor. Ähm. Der hat sich doch zwei Sachen gekauft. Oh, okay. Wusse ich nicht. Den Dings da. Hier die Banane und... Snape in die Leiche zu Karl. Ist dein Auftrag. Genau. A Friendship. So heißt das Ding. In den Bunker. Los. Folge dir. Ich hab ne Bananenbombe. Gefällig. Es könnte überzeugend... Zwei Punkte sein. Ja, er hat sich ne Bananenbombe gekauft. Ja, er hat sich ne Bananenbombe gekauft. So. Karl, wirst du. Ich hab die. Ja, mein ich ja. Du musst doch hier auf die Hülle auffassen. Weil ich hab keine Banane. Nein, ach. Waren wir hart. Waren wir hart. Was hab ich denn? Hä? Wut? Ach, Mist. Oh, Alter! Ich war am Shoppen. Ey, das ist so... Das ist so ne Kacke. Ich schieß den Friendship und auch. Und dann muss ich natürlich genau in dem Moment hingucken und noch meinen Namen lesen. Wow. Ich hab die Garte Adolf nicht gesagt. Ich hab kurz einmal Friendship gedrückt, weggelegt und dann muss der hingucken. Da steht doch mein Traitor-Kollege im Weg. Ah, nee, jetzt echt erst am Ende der Runde gemacht, dass wir... Oh, mein Gott. Ah, nee. Wir können jetzt Simon Sack spielen. Jetzt ging's. Letzte Runde? Ja, jetzt letzte Runde. Ja, da können wir Simon Sack spielen jetzt, ne? Ja, Simon Sacks und Simon Sacks. Ich hab's nicht sackt mit deiner Homo, Alter. Und wenn du gerne dick sackst, Alter. Das ist nix für, Alter. Dass du verstehst. Nein, Gott. Ey, du hast so ausgesprochen. Sackt. Simon Sacks. Du kannst mir nupsen, Alter. Das ist richtig heftig dran nuckeln, Alter. Wow. Noll. Wer hat jetzt schon geschossen, Snails geschossen? Fühlen wir das jetzt oder nicht? Ja, ich werd dafür. wer hat er hier wer ist das Dete, ach oh Gott, oh no wir können uns jetzt in dem Tunnel da, ach Gott, in der Garage unten drauf stellen Hör, wir müssen mich umbringen, Detective Na, wir stellen uns ja an die Wand weil ihr müsst die Waffe aufschießen, nehm Alle dahin stecken! Da hat jemand getrunken! Weil es jemand eine Taube ist, mir reicht schon Wart, alle Waffen in diese Ecke, alle Waffen in die Ecke hier Wegschmeißen, wirklich, dann ist das aber scheiße, dann kauft sich der Trader eine Trader, aber ab und killt uns alle damit Das ist auch WI-U-Kacke Dann kauft sich der Trader eine Taube oder so Ist mir scheißegal Ja, cool, ich weiß nicht, wo ist die Taub? Okay, appellieren euch die Trader, ihr kauft euch nichts Mhm, hoff ich mal Alle schauen sich an die Ecke an, wenn wir weg sind, wehe du kaufst was, ne Exempel, wehe du kaufst was Alle schauen auf mich, alle schauen auf mich oder ihr seid tot Ja So, Simon Says musst du sagen, Simon Says, wenn du sagst Simon Says spring in die Luft müssen wir springen Wenn du es nicht sagst, dann, wenn du zum Beispiel sagst spring in die Luft, dann müssen wir nicht springen Nee, ich hab schon Simon Says gesagt Alter, ich bin zu gebildet für dieses Spiel Wenn Simon Says sagt und der sagt dann duck dich, dann duckst du dich, wenn er nur sagt duck dich, dann duckst du dich nicht Simon Says, spring Was? Simon Says, knie dich hin Was? Was? Was sagt Simon jetzt ernst? Hinknie hin Nein, okay Ich check's grad nicht Ey! Ich check grad gar nichts Um 180 Grad nach rechts drehen Um 180 Grad nach rechts drehen Hä, das ist doch egal um welche 180 Grad Das ist immer nach hinten Nein, das ist anscheinend weht Dig Sag fest, dreht euch um 180 Grad nach hinten Nach hinten Nach hinten? Hä? Bei mir? Sag einfach dreht euch um 180 Grad nach rechts Bleht euch um Hast du grad einen Brunnen gefressen? Er hat sich umgedreht Ja, gut Wieso stehst du? Oha Ich hab nicht gesagt, bück dich, Alter Doch Nein, das ist schon voll lange her Das ist schon voll lange her Ja und wie Er hat nicht gesagt, dass wir uns zustellen dürfen Dann sag aufstehen Aufstehen Einmal springen Oh, Alter Der andere ist auch gesprungen Zeig, aber das ist auch gesprungen Ich hab's nicht gecheckt Du hast gewonnen, Alter Jaaaa Du hast gewonnen am Schluss Du hast gewonnen am Schluss Ich werde ihm jetzt mal Das müssen wir übermachen, okay? Ich hab's nicht gecheckt Ich hab's nicht gecheckt Ich hab's nicht gecheckt Ne, das Schiff oder das Schiff oder was? Ne, das ist Ex... Das da Naja Das ist Existential, ich kenn ihn nicht mehr Oh, der ist Old Factory neu Naja, gut Tschüss, zum nächsten Mal Nein, 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 ist nicht neu Tschüss 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 Tschüss